Hallo Caro, danke, dass du bei unserer Lehle Klausur heute warst. Du bist eine ganz wertvolle Kindergruppenbetreuerin, die versucht, nach dem TLE-Modell auch zu arbeiten. Erzähl mir, was ist es, was dich begeistert? Warum machst du das? Das TLE-Modell ist ein ganz, ganz neues Modell. Und ich bin froh, dass ich dabei sein kann und dass ich bei den Kindern dann alles, was ich beim TLE-Modell neu erfahre und mal gut finde, verwenden darf. Die entwicklungssensitive Betreuung ist für mich ganz, ganz wichtig, weil jedes Kind ist einzigartig, ein einzelner kleiner Mensch, der halt so betrachtet sein muss. Und da bin ich ganz froh, mitmachen zu dürfen. Danke Caro, alles Gute. Danke, danke.